Moin Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem weiteren World of Warcraft Legion Video mit eurem Brocken. Ja, in dem heutigen Video geht es um den Furorkrieger zu 7.3. Ich werde auf alles Wichtige eingehen. Anfangen werde ich mit den Talenten. Welche Talente sollte man skillen? Dann werden wir weiter zu den Attributen gehen. Nach den Attributen werden wir dann uns die Rotation für Single Target und fürs AOE Schaden machen. Dann werden wir auf die Legendaries eingehen. Welche Legendaries sind aktuell die Besten? Und dann noch einmal zum guter Letzt werden wir nochmal darauf eingehen, welche beiden Twinkets kann ich aktuell empfehlen. Welche Twinkets sind ein absolutes Must-Have, um den maximalen Schaden aus einem Furorkrieger rauszuholen. Fangen wir doch einmal mit der Skillung an. Die Skillung. Beim 15er Talent wählen wir Endlose Wut. Es ist passiv. Eure automatischen Angriffe erzeugen 30% zusätzliche Wut. Erklärt sie von alleine. Eure automatischen Angriffe, die ihr mit dem Furorkrieger erzielt, erzeugen 30% zusätzliche Wut. Solltet ihr allerdings mythisch plus gehen oder auch im Grabmal des Sageras oder in einem anderen Raid Bosse bekämpfen, wo es ganz viele Ads gibt, dann empfehle ich euch, das Talent Kriegsmaschine vorher zu wählen. Daher könnt ihr die Bücher mitnehmen, wo ihr während vor einem Fight quasi das Talent wechseln könnt. Da würde ich dann, wie gesagt, bei Bossen, wo viele Ads sind, die sterben, auf Kriegsmaschine wechseln. Das Talent ist passiv. Tötet ihr ein Ziel, erhaltet ihr 15 Sekunden lang 30% Tempo und 30% Bewegungsgeschwindigkeit. Erklärt sich dann auch von ganz alleine eigentlich, wenn ihr Ziele damit tötet, habt ihr 15 Sekunden lang 30% mehr Tempo. 30% mehr Tempo bedeutet in dem Fall einen Schadensboost. Den solltet ihr auf jeden Fall bei Bossen, wo viele Ads gelegt werden, mitnehmen. Daher empfiehlt es sich dann wieder zur Kriegsmaschine zu wechseln. Bei Bossen, die nicht mit Ads bestückt sind, quasi die einzeln sind, dann wieder auf das Talent endlose Wut zurückgehen. Bei dem 30er Talent wählen wir Doppelt Held Besser. Das Talent ist passiv, erhöht die maximale Anzahl von Aufladungen von Sturmangriff um 1 und verringert die Abklingzeit um 3 Sekunden. Erklärt sich auch von ganz alleine. Wir haben eine Aufladung von Sturmangriff mehr. Die Abklingzeit von Sturmangriff wird um 3 Sekunden verringert. Der Skill Doppelt Held Besser macht uns somit in einem Rate mobiler, was auf jeden Fall sehr wichtig ist. Und wir sollten das auf jeden Fall mitnehmen. Daher Doppelt Held Besser. Bei dem 45er Talent wählen wir Avatar. Der Skill ist sofort bereit, wenn wir ihn drücken. Er hat 90 Sekunden Abklingzeit. Ihr verwandelt euch für 20 Sekunden in einen Koloss, wodurch ihr um 20% erhöhten Schaden verursacht. Und euch von allen Bewegungseingeschränkten und Bewegungsunfähigkeitseffekten befreit. Ja, der Avatar ist wie gesagt für die Burstphase auf jeden Fall sehr wichtig. Denn er lohnt sich da am meisten gerade mit Potts. Und natürlich auch am Ende für die Phase, wo es denn in den HT reingeht, lohnt sich der Avatar nochmals. Bei dem 60er Talent wählen wir Riesenschritte. Das Talent ist passiv, verringert die Abklingzeit von Heldenhafter Sprung um 15 Sekunden. Außerdem erhöht Heldenhafter Sprung nun auch für 3 Sekunden eure Laufgeschwindigkeit um 70%. Erhöht ebenfalls wieder unsere Mobilität. Wie Doppelt Held Besser. Und da wir in einem Raid ja so mobil wie möglich sein wollen, sollten wir auch da Riesenschritte mitnehmen, damit wir unsere Mobilität erhöhen. Bei dem 75er Talent wählen wir Wutschäubender Berserker. Es ist passiv. Wenn ihr 100 Wut erreicht, wird euer Schaden um 15 Sekunden und eure Bewegungsgeschwindigkeit um 30% erhöht. Hält es 6 Sekunden lang an. Da kommen wir auch noch zu, wegen dem kommen wir natürlich auch noch später, zu ein paar guten Tricks, wie ihr den Schaden wirklich dauerhaft massiv oben halten könnt. Bei dem 90er Talent gibt es das Gehen Innere Wut. Es ist passiv. Wütender Schlag erfordert nicht mehr Wutanfall und verursacht um 150% erhöhten Schaden. Weist jetzt aber eine Abklingzeit von 4,5 Sekunden auf. Und zu guter Letzt, bei dem 100er Talent wählen wir den Skill Waghalsigkeit. Es ist passiv. Kampfschrei hält 2 Sekunden länger an und erzeugt 100 Wut. Dann lasse ich euch einen ganz kurzen Blick drauf werfen, damit ihr die Skillung so übernehmen könnt. Wie gesagt, das ist die Skillung, wie ihr sie skillen solltet, wenn ihr quasi einzeln seid, ohne Ads. Wenn ihr Bosse mit Ads habt, dann einmal da hinklicken. Dann nehmt ihr, sieht die Skillung dann so aus, dann nehmt ihr Kriegsmaschine mit. Ebenfalls nehmt ihr Kriegsmaschine für Mythisch plus Dungeons auch mit. Oder allgemein für Dungeons, wenn ihr HC oder normale Mythisch waschen tut, dann auch bitte dort Kriegsmaschine mitnehmen. Ansonsten auf endloser Wut bleiben. Gut, das haben wir also. Dann gehen wir mal weiter zu den Attributen oder Verstärkungen, wie sie heißen. In dem Fall ist ganz wichtig, wie gesagt, ich spiele normalerweise den Arms Hobby, daher sieht das bei mir jetzt nicht so aus. Aber wichtig ist, 30% Tempo solltet ihr erreichen. Das ist euer allererstes Cap, was ihr erreichen müsst. Nachdem ihr die 30% Tempo erreicht habt, nehmt ihr Meisterschaft mit, also was ihr bekommt. Nehmt ihr dann mit. Da nach Vielseitigkeit und als allerletzten Wert, am schlechtesten zur Zeit, ist kritische Trefferwertung. Darauf braucht ihr also gar nicht achten. Alles, was mit Crit bestückt ist, könnt ihr wegwerfen, so ungefähr. Wenn da natürlich dann Crit und Tempo drauf ist, dann nehmt ihr es mit. Wenn ihr an die 30% Cap schon rangekommen seid, dann versucht es eventuell durch ein Item auszutauschen, was dann vielleicht Tempo, Meisterschaft, Meisterschaft, Vielseitigkeit hat. Auf jeden Fall, wie gesagt, versucht, Crit ruhig zu vernachlässigen. Es ist nicht wichtig. So. Dann haben wir auch die Werte einmal durch. Fangen wir einmal mal ganz kurz mit der Spielweise an. Wie spielt man den Furohrkrieger zu 7.3? Ja, zu 7.3 spielen wir den Furohrkrieger trotz alledem ganz einfach. Vor einem Kampfmengegen quasi nehmen wir natürlich unser Ziel ins Target. Wir fangen an und schmeißen uns zuerst einen Pot rein. Vorher natürlich Flass, Bufffood essen, ganz wichtig, um den Schaden trotz alledem noch zu erhöhen. Ich empfehle euch, 2 Sekunden bevor der Pulltimer ausläuft, wenn euer Tank oder eure Weltgilde das gut macht und nicht während des Pulltimerlaufens noch pullt. Dann 2 Sekunden bevor der Pulltimer ausläuft, den Trank des alten Krieges reinzuschütten. Dieser hält, er hält, äh, äh, dieser bringt euch dann nochmal Schaden. Den auf jeden Fall, wie gesagt, 2 Sekunden Feuer reinschmeißen. Nachdem ihr das dann quasi gemacht habt, nehmt ihr euren Charge, also euren Sturmangriff, dann macht ihr euren Avatar an, dann zündet ihr euren Kampfschrei und dann Odins Zorn. Und danach spielen wir ganz normal unsere Rotation, die ich jetzt einmal für den Single-Tile kurz erkläre. Wir fangen quasi an, wir haben jetzt so 3, 2, 1, 0, den Charge, unseren Avatar, unseren Kampfschrei, unseren Odins Zorn. Danach nutzen wir ganz normal zur Rotation unseren Blutdurst. Auf Proc nutzen wir dann unser Toben. Dann spielen wir weiter mit wütender Schlag, äh, Blutdurst. Und als Lückenfüller quasi, wenn nichts anderes wie zum Beispiel Toben ready ist, wütender Schlag nicht ready ist, oder auch unser Blutdurst nicht ready ist, nützen wir als Lückenfüller in dem Fall wütende Schlitzen. Es ist wirklich quasi nur ein Lückenfüller, ansonsten nichts anderes. Wir spielen ganz normal dann unsere Rotation, Blutdurst, äh, ups, heila, naja, gehen wir nochmal da hin. Könnte ich ja hauen, super. Wir spielen quasi unsere Rotation, Blutdurst, wütender Schlag, wütende Schlitzen. So, jetzt haben wir Tobenprock, nutzen wir Toben. Ansonsten nutzen wir wieder Blutdurst, wütender Schlag, Odins Zorn ist ready, immer auf Abklingzeit nutzen, sobald er wieder ready ist. Dann wieder wütender Schlag, Toben ist ready, nutzen wir Toben, nutzen wir wieder Blutdurst, wütender Schlag, wütende Schlitzen als Lückenfüller quasi. Wieder Blutdurst, wütender Schlag, Tobenprock, nutzen wir Toben. Blutdurst ist ready, Blutdurst, wütender Schlag ist ready, wütender Schlag, wütende Schlitzen. Wieder Blutdurst, wütender Schlag, Toben und wütende Schlitzen. Mehr ist es nicht. Das ist quasi die Single Rotation, die Single Rotation spielt sich in dem Fall dann einfach ab. Wir nutzen, ich erkläre das jetzt nochmal ganz langsam, weil jetzt gerade habe ich ja einfach nur gesagt, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Ihr macht euren Sturmangriff, nutzt dann, nachdem ihr euren Pot reingeworfen habt, euren Avatar gezündet habt und euren Kampfschrei gezündet habt, ist euer erster Angriff, den ihr auf euer Ziel wirkt, Odins Zorn. Also in dem Fall der Scale eurer Waffe. Nachdem ihr das gemacht habt, nutzen wir dann Blutdurst, unseren wütenden Schlag. Auf Prock nutzen wir dann unser Toben. Als Lückenfüller, wenn nichts von diesen drei Fähigkeiten, Blutdurst, Toben oder wütender Schlag bereit ist, nutzen wir wütende Schlitzen als Lückenfüller. Odins Zorn nutzen wir alle 45 Sekunden, sobald er wieder bereit ist. Zünden wir Odins Zorn. Unseren Avatar zünden wir einmal am Anfang und am besten einmal in der Phase, wo Heldentum, beispielsweise der Kampfrausch, gezündet wird. Nutzen wir dann unseren Avatar kombiniert mit dem Trank des alten Krieges nochmal und unserem Kampfschrei, um nochmal den maximalen Schadensoutput rauszuholen. Mehr ist es in der Single Target Rotation nicht. Sie spielt sich wirklich sehr, sehr simpel. Beim AOE ist das Ganze eigentlich nicht viel anders. In dem Fall ist immer wichtig, nutzt immer euren Wirbelwind. Denn wenn wir jetzt den Wirbelwind nutzen, bekommen wir den Buff Metzger. Euer nächster Einsatz von Blutdurst oder Toben fügt bis zu vier Zielen 50% des Schadens zu. Daher immer, wenn wir quasi zwei Ziele, drei Ziele, vier Ziele haben, gehen wir hin, machen den Wirbelwind, nutzen unser Blutdurst, Wirbelwind, Blutdurst und natürlich Odins Zorn ist ein AOES-Ger. Den nutzen wir dann ebenfalls. Einmal Odins Zorn, dann wieder Wirbelwind, Tobenprockt, nutzen wir Toben, Wirbelwind, Blutdurst, Wirbelwind. Dann können wir jetzt mal ein bisschen den wütenden Schlag nutzen. Dann ist wieder Blutdurst ready, nutzen wir wieder Blutdurst, wieder Wirbelwind. Dann können wir erstmal wieder mit wütenden Schlag füllen. Oh, Toben ist ready, nutzen wir Toben. Denn jedes Mal, wenn wir Toben, nachdem wir jetzt Wirbelwind zum Beispiel eingesetzt haben, seht ihr, haben wir 18 Sekunden Metzger. Wenn ich jetzt Blutdurst nutze, verschwindet Metzger. Das heißt in dem Fall, ganz wichtig, immer mit dem Wirbelwind den Metzger aufrechthalten. Wenn Tobenprockt, nutzen wir Toben. Dann machen wir wieder Wirbelwind, dann nutzen wir unseren Blutdurst. Dann machen wir Wirbelwind, nutzen einfach den wütenden Schlag, um trotzdem weiter Schaden zu machen. Nachdem dann wieder Blutdurst ready ist, nutzen wir Blutdurst. Wenn wieder Odins Zorn ready ist, wieder Odins Zorn, dann wieder Blutdurst. Und bei Proc nutzen wir wieder Toben, um vier Ziele damit zu treffen. Ja, das war es dann auch schon soweit mit der Single und Au Erota zum Furorkrieger zu 7.3. Nun gehen wir mal auf die Legendaries ein. Und ich hatte ja vorhin noch gesagt, wegen den Skills hier, möchte ich euch ja erklären oder sagen, was das Ganze so krass macht oder wie wir das Ganze noch steigern können. Denn, fangen wir jetzt nochmal eine kleine Erklärung an. Ihr bekommt, wenn ihr 100 Wut erreicht, einmal cappt quasi, bekommt ihr 15% mehr Schaden für 6 Sekunden. Durch den Skill Wack-Heisigkeit, den wir mit Kampfschrei 2 Sekunden länger hält, erzeugt. Kampfschrei 100 Wut, das heißt, wir cappen einmal die 100 Wut. Ich drücke mal ganz kurz. Bumm. 100 Wut, 15% mehr Schaden. Das haben wir dann quasi da. Schäuben, Wutschäuben, aber Särker. So, jetzt haben wir 90 Wut. Jetzt geht die Wut ja wieder runter. Wir müssen quasi wieder die Wut auf 100 bringen, um unseren Schaden zu erhöhen. Wieder, um auf diese 15% zu kommen. Und daher gehen wir jetzt mal auf die Legendaries ein, die uns da nämlich sehr viel ermöglichen. Um sehr oft unsere 15% Schadensboost rauszuholen. Die aktuell besten Legendaries für den 7.3-Furorkrieger sind einmal der Helm, Stürmer von Kena A. Anlegen, jedes Mal, wenn ihr in einem Wutzustand verfallt, erhaltet ihr 8 Wut. Ihr verfallt sehr oft in einem Wutzustand. Dadurch, dass ihr sehr oft in einem Wutzustand verfallt, bekommt ihr 8 Wut. Das heißt, ihr steigert dadurch wieder sehr oft die Chance natürlich, nach oben an die 100% zu kommen. Dadurch wieder die Chance, eure 15% mehr Schaden für 6 Sekunden zu bekommen. Danach geht es weiter. Barserker der Wallagia. Anlegen, kritische Treffer mit Toben. Gegen das Hauptziel erzeugen. 6 Wut. Auch wieder da, mit dem schäumenden Barserker quasi, wenn ihr die 100 Wut wieder einmal cappt, erhaltet ihr wieder 15% mehr Schaden für 6 Sekunden. Die beiden sind die Best im Slot Legendaries zu 7.3 für den Furoorkrieger, solange ihr auf Einzeltage Schaden macht. Dann nehmt ihr Kopf und Hose. Solltet ihr einen Boss aber haben, oder Mythisch Plus Dungeon, Mythisch Dungeons gehen, wo es zum Beispiel viele Ads gibt, die ihr töten müsst. Dann nehmen wir den Helm und den Gürtel. Denn der Gürtel anlegen, wenn Wirbelwind drei oder mehr Gegner trifft, werden sie noch ein weiteres Mal getroffen. Bei Mythisch Plus Dungeons erklärt sich das von alleine. Viele Ads pullen, Wirbelwind, drei Ziele trefft ihr. Noch ein Treffer macht mehr Schaden. Und auch bei Bossen, wo ihr viele Ads habt, wo ihr wisst, okay, da ist ein Boss und immer 2 oder 3 Ads. Auch den Gürtel nehmen, denn da erholt ihr nochmal einen extra Schadensboost mit raus. Alle anderen Legendaries könnt ihr aktuell beherzt als Furoorkrieger hier weglassen. Ihr braucht keine anderen Legendaries. Wenn ihr diese drei habt, dann schätzt euch glücklich, seid fröhlich, dass ihr über den Helm, über die Hose und über den Gürtel verfügt. Und ganz wichtig, versucht immer wirklich zu wechseln ruhig, denn das ist nicht verkehrt, wenn ihr einen Boss habt, der einzelt ist. Jetzt, was weiß ich, gerade mal des Sagras, nehmen wir einfach mal den Avatar, dann spielt ihr Kopf und Hose. Wenn ihr einen anderen Boss habt, hier, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, wo ist er, damit ich euch hier, ja, den Hayatan zum Beispiel hier nehmt. Dann könnt ihr den Kopf und den Gürtel nehmen, denn da kommen ja immer wieder Ads. Damit erhöht ihr dann mit dem Gürtel und dem Wirbelwind nochmal zusätzlich euren Schaden. Ja, ach ja, was ich noch bei der Rotor kurz vergessen habe. In der 20% Phase möchte ich noch anmerken, sorry Leute. In der 20% Phase bitte Execute nutzen, also euer Hinrichten immer nutzen. Sehr wichtig, denn das erhöht nochmal massiv euren Schaden. Also die Rotation in der Execute Phase, sie dann, ja, gehe ich nochmal ganz kurz jetzt drauf ein. Tut mir leid, Leute, aber wichtig soll man ja nicht vergessen. Genau, wenn ihr jetzt in der Execute Phase seid, dann nutzt ihr Hinrichten. Spielt quasi mit eurem Blutdurst, mit eurem wütenden Schlag, euren Odienzorn ganz normal weiter. Und wenn dann genug Wut wieder für Hinrichten ist, dann hämmert ihr einfach Hinrichten durch. So, das war es aber zu guter Letzt für die Hinrichtungsphase. Sorry an alle, die jetzt gedacht haben, wo ist das? Jetzt war es noch da. So, und zum Abschluss noch, welche beiden Twinkets kann ich euch empfehlen zu 7.3 für den Furorkrieger? Da gibt es zwei Twinkets, die absolutes Must-Have aktuell sind. Ihr solltet sie euch auf jeden Fall zulegen. Und zwar einmal bei den Schwestern des Mondes, solltet ihr euch die Umbral-Mondgleven zulegen. Sie haben zwar 1320 Vielseitigkeit im Mythischen, okay, nehmen wir jetzt einfach mal HC. Da im HC-Content haben sie 1248 Vielseitigkeit. Ja, Vielseitigkeit ist zwar einer unserer schlechtesten Werte, aber benutzen, erschafft ein Glävensturm an eurer Position, der Gegnern in der Nähe alle 1 Sekunde 104.569 Arcan-Schaden zufügt. Nach 8 Sekunden zerbersten die Gläven und fügen Gegnern im Effektbereich zusätzlich 261.423 Arcan-Schaden zu. Abklingzeit 90 Sekunden. Ja, die Gläven sind für Single-Targets und AOE-Targets aktuell wirklich das absolute Must-Have. Daher kann ich euch nur empfehlen, besorgt euch die Umbral-Mondgleven von den Schwestern des Mondes, denn damit werdet ihr im wahrsten Sinne des Wortes wirklich glücklich sein. Ja, und als zu guter Letzt geht es noch einmal in die Nachtfestung und zwar geht zur Großmagistrix Elisande und holt euch unbedingt, wirklich unbedingt Konvergenz des Schicksals. Das Twinkit alleine bietet euch im heroischen Modus schon 1879 Stärke, wenn es nicht aufgewertet wird. Der größte Vorteil bei diesem Twinkit ist, anlegen. Eure Angriffe haben eine Chance, die verbleibende Abklingzeit von Kampfschrei um 5 Sekunden zu verringern. Dadurch, dass ihr mit den Konvergenz des Schicksals die Abklingzeit eures Kampfschreis um 5 Sekunden verringern könnt, wir haben ja gelernt, Kampfschrei erzeugt 100 Wut. 100 Wut erzeugt 6 Sekunden lang 15% erhöhten Schaden. Dadurch ist das Konvergenz des Schicksals ein wirklich absolutes Must-Have-Twinkit, denn wenn ihr dieses Twinkit nutzt, verringert ihr die Abklingzeit. Das heißt, ihr könnt öfters euren Kampfschrei benutzen, ihr habt öfters 100% Wut, ihr habt öfters dadurch wiederum 15% erhöhten Schaden. Das wiederum noch in der Kombination mit den beiden Legendaries mit dem Kopf und der Hose macht euch wirklich zu einer Bombe. Wenn ihr den Kopf habt, die Hose habt, Konvergenz des Schicksals habt und noch die Mondkleven habt, Leute, dann seid ihr wirklich die Bombe. Da könnt ihr schon ohne Witz, Leute, da könnt ihr mit eurem Furorkrieger durchgehend in der 1-Millionen-DPS-Kategorie mit einer Gegenstandsstufe von, sagen wir, 930 aufwärts mitspielen. So 925, 930 aufwärts könnt ihr da, wenn ihr das beherzigt, wirklich in der 1-Millionen-DPS-Konstant mitspielen, im Single-Target schon. Also da habt ihr den ersten, beim ersten Boss zum Beispiel oder auch beim Avatar, da könnt ihr wirklich Schaden mit diesen Sachen raushauen. Das ist einfach abnormal. Im Aue natürlich dann wesentlich mehr, wenn ihr dann den Kopf und den Gürtel benutzt. Ebenfalls mit den Konvergenz des Schicksals, wirklich eine Bomben-Sache. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und es euch weitergeholfen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Dann weiß ich, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ihr auf dem Laufenden sein wollt, was ich wann, wie und warum mache, so könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Wenn ihr noch Fragen haben solltet zum Furorkrieger zu 7.3, so einfach unten in die Kommentarboxen, Kommentar da lassen. Ich werde es dann so schnell wie möglich für euch beantworten. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Samstag. Vielen Dank fürs Gucken und haut da rein. Ich bin raus, euer Brocken.